Guten Abend miteinander. Coop hat für Sie den besten Grund, täglich einzukaufen, nämlich das gute, frische Coop-Brot. Und zwar von Bäckermeistern, die Ihr Handwerk verstehen, wie zum Beispiel der Herr Schwab. Guten Abend. Guten Abend Herr Schwab. Wie viele Bäckereien hat Coop eigentlich? Es gibt 40 Coop-Bäckereien, verteilt in der ganzen Schweiz, damit das Brot garantiert in alle Coop-Läden kommt. Coop hat auch eine sogenannte Versuchsbäckerei. Was ist die Aufgabe von dieser? Vor allem das herausfinden von neuen Brotsorten. Coop will den Kunden ständig abwechslungsreiches Brotangebote bieten. Wir haben mit der Kamera in so eine Versuchsbäckerei geschaut. Hier zeigt sich das handwerkliche Geschick beim Formen der Spezialbrote. Das gibt es beliebte Bauernbrote. Hier werden die Brote zum Bachen vorbereitet, eingeschnitten. Das gibt die schöne Zeichnung. Und jetzt ab in den Ofen. Das ist das Einschiessen, wie wir sagen. So finden sie es jeden Tag offen frisch in ihrem Coop-Laden. Bei Coop gibt es in der ganzen Schweiz über 140 Brotsorten, die je nach Region auf die Wünsche der Kunden abgestimmt sind. Ganz besondere Spezialitäten von Coop-Bäckermeisten sind zum Beispiel die herzhaften Kieburgerli. Das urchige Alpenbrot. Oder das goldgelbe Flockenbrot. Und natürlich auch der feine Sonntagszopf aus reinem Anken. Besonders wertvoll für die Förderung der Verdauung ist das wehrschaffte Kleinenbrot. Eine lustige Auswahl von Brotspezialitäten, die uns Coop bietet. Und nicht nur das. Coop schaut auch, dass die Kunden genau über die Brotsorten Bescheid wissen. Auf den Brotbeutel mit dem typischen Garamuster stehen wertvolle Konsumenteninformationen über die genaue Zusammensetzung der Brotsorte. Sie sehen, Coop ist eben auch Ihr Becker. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Aber denken Sie jetzt noch an die Aktionen, die gerade kommen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 Gramm Bonenkaffee Exzellento statt 5,90 nur 5 Franken. Und 250 Gramm statt 3,20 nur 2,70. Und 225 Gramm Espresso statt 2,50 nur 2 Franken. 14 Fischsteaks Goldstar tiefgekühlt und ohne Gräte nur 2,90. Und alle Coop Joghurte sind jetzt sehr abbegünstiger. Und nur morgen über morgen und am Samstag zweimal ein Liter Happy Day Orangen oder Gräbfriensaft statt 2,40 nur 1,60. Profitieren Sie von diesen Coop Angeboten. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Mal.